Leider vermeißelt mir Corona auch in diesem Jahr wieder die Weihnachtsvorlesung. Und darum gibt es, wie schon 2020, stattdessen ein Weihnachtsvideo, das Sie sich gerade anschauen. Etwas früher als sonst, aber ich habe kürzlich gesehen, dass manche Weihnachtsvorlesungen sogar schon in der ersten Dezemberwoche stattfinden, darum bin ich da jetzt ganz hemmungslos. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Vorlesungen unterhaltsamer als die Videos sind, weil ich dann mehr improvisiere und im Zweifelsfall auch lustiger bin, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich werde mir Mühe geben, sie trotzdem nicht zu langweilen. Allerdings wird es ein bisschen anders sein als sonst. In den letzten Jahren habe ich mir immer große Themen vorgenommen, legendäre Vermutungen, die seit Jahrhunderten auf einen Beweis warten, Probleme, für deren Lösung hohe Preisgelder ausgesetzt sind oder Fragen aus der Antike, die erst in der Neuzeit beantwortet werden konnten. Da kann man prima Geschichten erzählen und von berühmten Mathematikern schwärmen, aber im Allgemeinen handelt es sich um schwierige Mathematik, die nur wenigen Experten zugänglich ist. Man kratzt unweigerlich nur ein bisschen an der Oberfläche. Mein ehrgeiziges Ziel für dieses Video ist hingegen, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer alles verstehen soll, obwohl wir den Dingen wirklich auf den Grund gehen werden. Dafür reichen ganz grundlegende Kenntnisse, die schon in der Mittelstufe vermittelt werden, und ein wacher Geist. Es werden jedenfalls keine Formeln und keine griechischen Buchstaben vorkommen, es wird weder differenziert noch integriert werden und auch Sinus und Cosinus, Logarithmen, Vektoren, Matrizen usw. werden keine Rolle spielen. Das übergreifende Thema für heute ist mathematische Eleganz. Wie ich schon öfter sagte und wie man auch an dem Zitat unten rechts sehen kann, spielen für Mathematiker Begriffe wie Ästhetik und Schönheit eine große Rolle, obwohl das für Laien oft schwer verständlich ist. In diesem Video möchte ich anhand einiger Beispiele zeigen, was man unter besonders eleganten Beweisen versteht. Weil ich den Anspruch habe, dass man das Video auch ohne spezielles Fachwissen verstehen soll, können wir natürlich nicht in die allerhöchsten Sphären vordringen. Aber das, was wir machen werden, ist auch keine banale Schulmathematik. Ich weiß, dass auch Studentinnen und Studenten der Mathematik meine Videos schauen und teilweise sogar ausgebildete Mathematikerinnen und Mathematiker. Die sollten aber nun nicht von vornherein enttäuscht sein und denken, dass das Video unter ihrem Niveau sein wird. Ich jedenfalls freue mich auch über scheinbar einfache Mathematik, wenn ich sie noch nicht kenne. Und ich glaube, dass die Dinge, die ich heute zeigen möchte, als Vorbild für uns Mathematiker dienen können. Denn mit Eleganz ist in diesem Zusammenhang insbesondere Klarheit gemeint. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts stand in Meyers großen Konversationslexikon, dass Eleganz in der Mathematik die Einfachheit und Durchsichtigkeit eines Beweises sei. Dabei muss Einfachheit keineswegs implizieren, dass ein Gedankengang trivial ist. Albert Einstein wird der schöne Satz zugeschrieben, man muss die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Und genau an diesem Optimum, an dem aus einer einstmals komplizierten Begründung das Wesentliche herausdestilliert wurde, ohne dabei Vollständigkeit und Korrektheit aufzugeben, ist die Eleganz angesiedelt. Dafür möchte ich heute drei Beispiele zeigen. Beim Titel ist allerdings eine kurze Episode meines Lebens, in der ich in einer Werbeagentur gearbeitet habe, mit mir durchgegangen. Es muss natürlich mal drei und nicht hoch drei heißen. Mir schien aber wohl hoch drei eine schmissigere Überschrift zu liefern. Und hier die ebenfalls etwas saloppen Anreißer für die drei Themen. Beim Werfen von Nudeln wird es um eine schon ältere Frage gehen, die sowohl mit Geometrie als auch mit Stochastik zu tun hat und manchmal als Ursprung der sogenannten geometrischen Wahrscheinlichkeitstheorie angesehen wird. Die nachhaltigen Zeichenketten, die wir uns anschauen wollen und die man auch geizig nennen könnte, haben etwas mit Kombinatorik und Grafentheorie zu tun. Und sie haben enge Verwandte, die unter anderem in der Astronomie und der Informatik eingesetzt werden. Die bunten Dreiecke kommen eigentlich aus der Topologie und wurden erstmals vor etwa 100 Jahren von einem jungen Mathematiker verwendet, um einen bereits bekannten Satz einfacher und eleganter als vorher zu beweisen. Fangen wir mit den Nudeln an. Oder mit den Nadeln. Die Nudeln sind kein Tippfehler, aber eigentlich geht es um das sogenannte Nadelproblem von Buffon. Es gibt von mir bereits ein Video zu diesem Thema, aber wie so viele meiner alten Videos hat sich das kaum jemand angeschaut. Und auch wenn Sie es bereits gesehen haben, sehen Sie in den folgenden Minuten etwas Neues. In dem Video von 2014 zeige ich nämlich den quasi-kanonischen Beweis, der beim Zuschauer Kenntnisse in Trigonometrie und Integralrechnung voraussetzt. Das werden wir heute nicht brauchen. Georges-Louis Leclerc de Buffon war ein französischer Naturforscher, der im 18. Jahrhundert lebte und unter anderem eine Evolutionstheorie entwickelt hat, die ein Vorläufer der Darwin'schen Theorie war. Er beschäftigte sich aber auch mit mathematischen Fragen und ist durch das von ihm erdachte Nadelproblem in die Geschichte eingegangen. In seiner Lösung des Problems wurden zum ersten Mal Methoden der Analyse in der damals noch jungen Wahrscheinlichkeitstheorie verwendet. Der Antrieb hinter der ganzen Sache ist jedoch typisch für etwas, was in der Mathematik oft passiert. Jemand stellt sich eine Frage einfach deshalb, weil er die Antwort wissen will und nicht etwa, weil dahinter ein dringendes Problem im wirklichen Leben steckt. Buffon stellte sich ein Parkettfußboden vor und eine Nadel, zum Beispiel eine Stricknadel, die zufällig in die Luft geworfen wird. Die Nadel kann, wie in dieser Darstellung, auf der Grenze zwischen zwei Parkettstücken landen. Oder sie kann vollständig innerhalb eines Stücks landen, ohne dass sie eine Grenzlinie berührt oder schneidet. Buffon fragte nach der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Nadel eine Linie schneidet. Ganz offensichtlich kein weltbewegendes Problem, aber für die meisten Mathematiker ist bei solchen Fragen nur relevant, ob sie interessant sind. Und interessant ist diese Frage schon. Moment mal, hatte ich nicht versprochen, dass man keine Vorkenntnisse braucht? Und jetzt rede ich von Zufall und Wahrscheinlichkeit? Muss man etwa doch ein Semester Stochastik auf dem Buckel haben, um dem Video folgen zu können? Nein, keine Angst. Was Zufall ist, ist eine schwierige Frage, bei der sich weder die Physiker noch die Philosophen bisher auf eine Antwort einigen konnten. Die Mathematiker halten sich aus der Diskussion heraus und haben lediglich eine, allerdings in der Anwendung recht erfolgreiche Theorie zur quantitativen Erfassung zufälliger Phänomene zu bieten, seien sie nun scheinbar zufällig oder wirklich zufällig. Wir brauchen aber heute keine Erwartungswerte, Verteilungsfunktionen und Sigma-Algebern. Ich gehe lediglich davon aus, dass wir alle aufgrund unserer Erfahrungen in etwa die folgende Vorstellung teilen. Man kann einerseits keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Werfen eines Würfels und der angezeigten Augenzahl nach der Landung erkennen. Andererseits, und das ist entscheidend, nähern sich aber die relativen Häufigkeiten vorhersagbaren Werten an. So wird beispielsweise ungefähr bei einem Sechstel aller Würfe eine 4 oben liegen. Und nach genügend vielen Würfen wird diese Prognose aller Voraussicht nach immer besser mit dem tatsächlichen Wert übereinstimmen. Sie können die Zahl ein Sechstel je nach Gusto Wahrscheinlichkeiten nennen oder relative Häufigkeit. Das spielt keine Rolle. Es geht nur darum, dass wir auch bei Stricknadel und Parkett ein entsprechendes Verhalten erwarten, dem wir nun mathematisch zu Leibe rücken wollen. Zuerst müssen wir die Frage aber präzisieren. Das ist in der Mathematik immer nötig, denn nur bei klar umrissenen Problemen kann man beurteilen, ob etwas, das sich als Lösung ausgibt, auch wirklich eine ist. In unserem Fall hat schon Buffon selbst vor etwa 300 Jahren das erledigt. Ihm ging es nicht um irgendeine Parkettierung, wie auf dem vorhin gezeigten Foto meines eigenen Fußbodens, sondern um parallel liegende Parkettstreifen gleicher Breite. Man könnte vielleicht eher von einem Dielen-Fußboden sprechen. Und die Länge der Nadel sollte genau der Breite eines Streifens entsprechen. Das war Buffons Aufgabe. Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt der Fall links ein, dass die Nadel eine Trennlinie schneidet? An der Darstellung auf dieser Folie erkennen wir gleich eine weitere typische Mathematikertätigkeit, die ich den regelmäßigen Zuschauern meines Kanals nicht mehr erklären muss. Wir abstrahieren, das heißt wir lassen unnötige Details weg. Ob Parkett oder Dielen, ob Eiche oder Buche, ist natürlich völlig irrelevant. Es geht hier nur um parallele Geraden. Und aus der Nadel wird einfach eine Linie fester Länge, eine mathematische Strecke. Eine weitere naheliegende Abstraktion. Würden Sie erwarten, dass sich das Ergebnis dadurch ändert, dass wir die Parkettstreifen und die Nadel im gleichen Maßstab verkleinern oder vergrößern? Wohl kaum, oder? Wir brauchen daher, wie bei den meisten geometrischen Problemen, nicht über Maße nachzudenken. Sollten wir wirklich rechnen müssen, dann setzen wir die Länge der Nadel und damit den Abstand der Linien der Einfachheit halber als 1 fest. Ob Sie sich darunter Dezimeter, Zoll oder etwas ganz anderes vorstellen wollen, bleibt Ihnen überlassen. Eine erfahrene Mathematikerin würde an dieser Stelle zu Recht einwenden, dass noch eine wichtige Zutat fehlt. Idealisierung. Sie würde erwarten, dass die Fläche, von der wir sprechen, sich in alle Richtungen unendlich ausdehnt und dass wir über Geraden und Strecken sprechen, die keine Breite haben. Die nicht so versierten Zuschauer werden stattdessen vielleicht protestieren und einwenden, dass ich nun doch wieder mit Mathematikerschnack anfange. Unendliche Parkettfußböden? Stricknadeln ohne Breite? Was soll der Quatsch? Aber solche Idealisierungen dienen der Vereinfachung, auch wenn sie zunächst artifiziell erscheinen mögen. Mit unendlicher Fläche ist einfach nur gemeint, dass wir uns keine Gedanken über den Rand unseres Parketts machen müssen. Wie immer wir die Nadel auch in die Luft schmeißen, sie fällt stets unter den gleichen Bedingungen herunter. Auch die Sache mit der Breite macht das Leben für uns leichter. Das ist hier dargestellt. Links trifft die Nadel die Grenze zwischen zwei Parkettstreifen, rechts nicht. Das liegt aber einzig und allein daran, dass links die Nadel dicker und zwischen den Brettern mehr Platz ist. Würden wir uns wirklich mit echten Nadeln und echten Holzfußböden befassen wollen, würde alles deutlich komplizierter werden. In der idealisierten mathematischen Welt ist es hingegen schön einfach. Sowohl links als auch rechts gibt es keine Berührung. Links wurde nur etwas unglücklich gezeichnet. Wenn Ihnen Linien ohne Breite unheimlich sind, dann stellen Sie sich einfach vor, dass die Nadel so dünn und das Parkett so gut verlegt ist, dass wir uns über die Breite keine Gedanken machen müssen. Wie geht man an so ein Problem heran? Das ist nach meiner Meinung der richtige Moment, um das Video anzuhalten und selbst nachzudenken. Sie können es sich natürlich auch im Fernsehsessel bequem machen und einfach weiterschauen. Aber ich glaube, dass Mathematik auf die Dauer nur dann richtig Spaß macht, wenn man sie selbst betreibt. Damit meine ich nicht, dass Sie unbedingt am Ende etwas Vorzeigbares haben müssen. Selbst die meisten professionellen Mathematiker verbringen oft Tage und Wochen mit ergebnislosen Brüten. Ich meine lediglich, dass Sie erst einmal selbst nachgedacht haben sollten, weil Sie dann das, was danach kommt, ganz anders würdigen können. Es wird in diesem Video noch viele Gelegenheiten geben, eine Pause einzulegen, um ein bisschen zu grübeln. Aber ich will Ihnen damit nicht ständig auf die Nerven gehen. Entscheiden Sie selbst. Es ist oft eine gute Idee, einfach ein bisschen rumzuprobieren. In diesem Fall würde das wohl bedeuten, wirklich ein paar Experimente zu machen. Sie könnten beispielsweise mit einem Lineal und einem Bleistift ein größeres Blatt Papier entsprechend unterteilen, eine kleine Nähnadel oft genug mit etwas Schwung über dem Papier fallen lassen und die Ergebnisse notieren. Wenn Sie sauber genug gearbeitet haben, sollte die Nadel in etwa 60% der Fälle eine Linie treffen. Oder in 64% der Fälle. Eventuell kommen Sie gar auf 63,7%. Wenn Sie die Nadel aber tatsächlich so oft geworfen haben, dass eine Prozentangabe mit Nachkommastelle Sinn ergibt, dann würde ich vermuten, dass Sie viel Zeit haben. Oder Sie sollten sich mal ein kurzes Video über zu genaue Zahlen mal anschauen. Vielleicht haben Sie, wie ich, die Experimente aber auch von einem Computer durchführen lassen. Wenn Sie nicht programmieren können, dann halten Sie sich jetzt kurz die Augen zu. Der Code, den ich ihr zeige, tut nämlich eigentlich nichts zur Sache. Man kann das zwar mit wenigen Zeilen abhandeln, aber dafür muss man sich schon einige Gedanken darüber machen, wie man das zufällige Fallen der Nadel und das Treffen der Trennlinien überhaupt simulieren will. Und muss dann schon weit mehr Mathematik investieren, als ich für dieses Video voraussetzen wollte. Jedenfalls bin ich so, nachdem der Computer eine Million mal die Nadel geworfen hatte, auf diesen Wert gekommen. Wenn Sie aus der ganzen Angelegenheit ein profitables Glücksspiel machen wollen, dann reicht das wahrscheinlich. Aber mathematisch ist es unbefriedigend. Eine Mathematikerin würde als Ergebnis keine Schätzung, sondern eine schöne Zahl erwarten. Einen Wert, den man ansehen kann, warum gerade das herauskommen muss. Ein Jahrhundert nachdem Buffon das Problem erstmals und mit Methoden, die für dieses Video zu fortgeschritten sind, gelöst hatte, löste der Franzose Joseph-Emile Barbier es erneut. Und zwar auf eine wesentlich einfachere, elegantere Art und Weise, die ich Ihnen nun zeigen möchte. Statt einer Stricknadel nahm Barbier eine Büroklammer. Natürlich nicht wirklich. Büroklammern gab es damals noch gar nicht. Aber wir stellen uns nun jedenfalls ein Stück Draht vor, das man in irgendeine Form biegen kann. Man kann daraus einfach eine gerade Strecke machen. Das wäre ein adäquater Ersatz für die Nadel, mit der wir bisher gearbeitet haben. Man kann die Strecke aber auch in der Mitte knicken und so etwas wie den Buchstaben V formen. Und man muss auch nicht in der Mitte knicken, sondern kann so etwas basteln. Oder den Buchstaben Z, wenn wir schon bei Buchstaben sind. Wir wollen uns auch nicht durch die Länge einschränken lassen. Nehmen wir etwas mehr Draht oder eine größere Büroklammer, dann haben wir vielleicht Lust, diese Figur zu kreieren. Längere Drähte sind also erlaubt, aber es spricht auch nichts gegen kürzere, so wie diesen. Und auch geschlossene Streckenzüge wie dieses Zeheneck lassen wir zu. Die Figuren auf dieser Folie sind übrigens der Grund, warum der amerikanische Mathematiker Ramelay in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts scherzhaft vom Nudelproblem statt vom Nadelproblem sprach. Statt der ursprünglichen Stricknadel hätte man auch eine ungekochte Spaghetti-Stange nehmen können. Und mit etwas Fantasie sehen wir hier nun Fusili, die Taloni und Buchstabensuppe. Wie sie sich inzwischen gedacht haben, hätten wir auch die Büroklammer selbst nehmen können. Alles, was wir uns mit Draht zurechtbiegen können, ist erlaubt, solange die Figur flach ist, also zweidimensional. Sie soll nämlich nach wie vor auf unseren imaginären Parkettfußboden geschmissen werden. So ganz ernst ist das mit den Nudeln also nicht gemeint, weil die ja selten flach sind. Aber um den hübschen Namen weiterhin zu verwenden, wäre die Frage nun, wo denn die Nudel landet. Barbier hat es allerdings so formuliert, wie oft trifft die Nudel eine Linie. Unsere Z-Nudel könnte beispielsweise so wie hier landen und an einer Stelle eine Linie schneiden. Sie könnte aber auch so auf das Parkett fallen, dass sie an gleich drei Stellen die Trennlinie berührt. Oder wie hier an zwei. Sie könnte sogar ganz glücklich so liegen bleiben, dass sie gar keine Linie trifft. Und es muss nicht nur um eine Parkettlinie gehen. Die v-förmige Nudel unten links trifft zwei verschiedene Linien. Wir würden das aber wie beim Z direkt darüber einfach als zwei Treffer zählen. Und natürlich geht es uns nicht um einen einzigen Wurf, sondern um die durchschnittliche Anzahl von Treffern bei vielen Würfen. Wenn man also etwa die Z-Nudel sehr oft wirft, werden dann im Durchschnitt eher zwei Linien getroffen oder nur eine? Wird es sich bei einem Wert wie 1,42 einpendeln? Das würde bei einem V- oder einem Sechseck herauskommen. Und wie wirkt sich die Länge des Drahts auf das Ergebnis aus? Jeder halbwegs vernünftige Mensch, oder sagen wir mal jeder, der sich nicht regelmäßig mit Mathematik beschäftigt, wird an dieser Stelle wohl einwenden, dass das Problem doch jetzt viel komplizierter geworden sei. Statt einer Nadel mit fester Länge, die die Linien einmal oder gar nicht treffen kann, haben wir es nun mit beliebig geformten Nudeln beliebiger Länge zu tun, die die Linien auf alle möglichen Arten von gar nicht bis sehr oft schneiden können. Eine Mathematikerin würde Ihnen insofern recht geben, als das Problem jetzt allgemeiner als vorher ist. Sie würde aber auch eine Erfahrung erwähnen, die Sie und Ihre Kollegen schon oft gemacht haben. Durch eine Umformulierung kann aus einer schweren Frage eine leichtere werden. Es ist eine in der Mathematik oft angewandte Strategie, statt eines Problems, bei dem man nicht weiterkommt, ein anderes anzugehen und zu schauen, wohin einen das führt. Dabei kann das neue Problem eine Verallgemeinerung des Ursprünglichen sein, eine Spezialisierung oder auf eine andere Art mit ihm verwandt. Es gibt da keine festen Regeln und natürlich führt dieser Weg auch nicht immer zum Erfolg. Aber oft ist das der Fall und für Barbier hat es jedenfalls funktioniert. Wie löst man sein Nudelproblem? Man könnte erst einmal wieder experimentell an die Sache herangehen. Spielen Sie ruhig ein wenig selbst herum, wenn Sie wollen. Ich habe allerdings auch Verständnis für die, die keine Lust haben, stundenlang Büroklammern zu verbiegen und durch die Luft zu wirbeln. Deshalb habe ich hier ein paar exemplarische Ergebnisse für Sie. Und denken Sie jetzt nicht, ich hätte einen ganzen Nachmittag dem Drahtbiegen geopfert. Ich war sogar zu faul, ein Simulationsprogramm zu schreiben. Ich habe mir die Zahlen aus den Fingern gesogen. Aber da ich schon weiß, was herauskommt, habe ich mir realistische Werte ausgedacht. Hätten Sie also beispielsweise, siehe letzte Zeile, tausendmal die Z-Büroklammer geworfen, so wäre es gut möglich, dass Sie sich 1902 Treffer, also insgesamt 1902 Schnitte des Drahtstücks mit den Linien notiert hätten. Kann man aus dieser Tabelle bereits irgendwelche Schlüsse ziehen? Falls Sie es nicht ohnehin schon bemerkt haben, wird es vielleicht so noch deutlicher. Tausend Würfel sind immer noch eine relativ kleine Zahl und selbst bei sehr genauen Messungen muss man mit entsprechenden Abweichungen vom theoretisch zu erwartenden Wert rechnen. Meine Schätzung ist, dass man höchstens den ersten beiden Stellen der letzten Spalte trauen kann. Mehr dazu in dem bereits erwähnten Video über zu genaue Zahlen. Teilt man durch 1000 und rundet dann auf zwei signifikante Stellen, dann ergibt sich die neue Spalte ganz rechts mit der ungefähren durchschnittlichen Anzahl von Treffern. Jetzt sieht man, worauf ich hinaus will, oder? Es sieht so aus, als hinge die Anzahl der Treffer nur von der Länge des Drahtes ab, aber nicht davon, in welche Form ergebogen wurde. Wohlgemerkt, das ist bisher lediglich eine Hypothese. Mathematisch beweisen die Zahlen von der letzten Folie gar nichts. Aber solche Experimente können uns, wie jede Art von Herumprobieren, auf Ideen bringen. Allerdings müssen wir die Idee, die hier formuliert ist, noch beweisen. Für eine anschauliche Darstellung von Barbiers Beweis besorgen wir uns Hilfe aus der Insektenwelt, die wir schon in anderen Videos in Anspruch genommen haben. Stellen Sie sich vor, dass wir auf den Draht zwei Ameisen gesetzt haben. Auf jedes Streckenstück eine. Jede Ameise ist für ihr Streckenstück verantwortlich. Nachdem die ganze Apparatur auf dem Parkett gelandet ist, läuft jede Ameise ihr Streckenstück ab und berichtet dann, wie viele Parkettlinien sie auf ihrem Weg überschritten hat. Wir zählen die beiden Zahlen zusammen und erhalten so die Gesamtanzahl der Treffer. Jetzt versuchen Sie aber mal, das alles aus Sicht der Ameisen zu sehen, die wir uns als ziemlich beschränkte kleine Dierchen vorstellen. Jede Ameise kennt nur ihr Streckenstück und kümmert sich nicht um den Rest. Sie weiß nicht einmal, dass es noch andere Stücke gibt. Das würde Sie überfordern. Aus ihrer Sicht landet ihr Stück zufällig auf dem Fußboden und sie zählt die Treffer. Das ist alles. Und das ist auch schon alles. Machen Sie sich klar, denn das ist die zentrale Aussage, dass wir die beiden Teile ebenso gut einzeln hätten fallen lassen können. Jede Hälfte für sich muss sich wie ein zufällig fallendes Streckenstück verhalten. Natürlich wissen wir die Lage der rechten Hälfte, wenn wir die Lage der linken wissen und umgekehrt. Die beiden sind ja verbunden. Aber wenn wir immer nur notieren würden, was eine der beiden Ameisen uns über ihre Hälfte berichtet, dann muss dasselbe herauskommen wie bei einem einzelnen geraden Stück derselben Länge. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sich eine Hälfte des v-förmigen Drahtes anders verhält, weil an ihr noch etwas hängt. Nun denken Sie sich noch jemanden dazu, der nur notiert, was die andere Ameise sagt. Auch seine Daten müssen denen eines einzelnen geraden Stücks entsprechen. Und die Summe der beiden Datenreihen ergibt die Trefferzahl für das v. Mit derselben Begründung könnten wir das v zu einem geraden Stück biegen und den Job des Trefferzählens zwei Ameisen übertragen, die jeweils für eine Hälfte zuständig sind. Da muss auch dasselbe rauskommen. Schließlich funktioniert die Begründung auch dann noch, wenn wir mehr als zwei Teile haben oder wenn die Teile nicht dieselbe Länge haben. Wir halten also fest, dass unsere Hypothese richtig war und dass die durchschnittliche Anzahl der Treffer nur von der Länge des Drahtstücks und nicht von seiner Form abhängt. Der selbe elegante Gedankengang beantwortet quasi nebenbei auch gleich die Frage, wie die Trefferzahl von der Länge abhängt. Wenn wir beispielsweise wie hier ein Drahtstück haben, das viermal so lang wie ein anderes ist, dann können wir die Arbeit des Trefferzählens zu gleichen Teilen auf vier Ameisen verteilen. Also muss ganz offensichtlich die vierfache Durchschnittszahl von Treffern herauskommen. Und bei fünffacher Länge kommt selbstverständlich die fünffache Trefferzahl heraus. Das bedeutet aber auch, dass der dritte Draht 25% länger als der zweite ist und seine Trefferzahl 25% größer. Und das funktioniert ebenso für jedes andere Seitenverhältnis, nicht nur für 5 zu 4. Das ist ganz simpler Dreisatz, dieselbe Rechnung, die Sie auch anstellen, wenn Sie den Preis einer 125-Gramm-Tafel-Schokolade mit dem Preis der 100-Gramm-Tafel vergleichen. Damit können wir den Zwischenstand festhalten, den wir bisher erreicht haben. Die Anzahl der Treffer ist unabhängig von der Form des Drahtes und proportional zur Länge. Das ist ein sehr schönes Ergebnis. Aber wieso ist es nur ein Zwischenstand? Weil wir nach wie vor keine Antwort auf Buffons ursprüngliche Frage nach der Wahrscheinlichkeit für einen ganz simplen Draht der Länge 1 haben. Uns fehlt eine konkrete Zahl. Dafür brauchte Barbier noch eine zweite clevere Idee, die den ganzen Beweis endgültig zu einem Muster für Eleganz macht. Vielleicht haben sich gerade gefragt, wieso wir uns vorhin Gedanken über seltsam geformte Nudeln gemacht haben, wenn wir am Ende doch wieder nur über Nadeln unterschiedlicher Länge sprechen. Die Nudeln kommen jetzt wieder ins Spiel. Da die Trefferzahl proportional zur Länge ist, müssen wir sie nur für eine einzige Länge kennen. Für alle anderen Längen ergibt sie sich dann aus der Proportionalität. Wir können also eine Länge aussuchen, für die die Ermittlung der Trefferzahl besonders einfach ist. Und, das ist der eigentliche Trick, wir können uns auch eine Form aussuchen, für die das besonders einfach ist, weil die Form ja nach unseren Vorüberlegungen irrelevant ist. Was meinen Sie, welche Form es sein wird? Ein Kreis. Spätestens dann, wenn man die Lösung sieht, ist es einleuchtend, weil Kreise die einfachsten und regelmäßigsten geometrischen Figuren sind. Wenn wir einen Kreis wählen, dessen Durchmesser genau 1 ist, was dem Abstand zweier Trennlinien entspricht, dann wird dieser Kreis immer genau zwei Schnittpunkte mit den Trennlinien haben, wie die beiden gezeigten Beispiele demonstrieren. Das gilt sogar für den Extremfall, dass der Kreis exakt in der Mitte eines Streifens landet. Und da es immer zwei Treffer gibt, ist natürlich trivialerweise die durchschnittliche Trefferzahl auch 2. Und damit sind wir fertig. Wir müssen uns nur noch entsinnen, wie lang ein Stück Draht sein muss, damit man daraus einen Kreis des Durchmessers 1 formen kann. Die Antwort ist Pi, weil diese berühmte Zahl gerade als das Verhältnis von Kreisumfang zu Durchmesser definiert ist. Und damit haben wir auch die Antwort auf Buffons Frage. Wenn ein Draht der Länge Pi im Durchschnitt zwei Treffer hat, dann hat ein Draht der Länge 1, um den es uns ging, wegen der Proportionalität durchschnittlich 2 durch Pi Treffer. Und weil dieser Draht aufgrund seiner Länge die Trennlinien höchstens einmal treffen kann, ist das auch die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer. Das sind die ungefähr 63,7%, die wir vorhin gesehen haben. Aber der numerische Wert ist eigentlich uninteressant. Der eigentliche Lohn dieser Aufgabe ist die schöne Zahl, die wir hier sehen, und der auf den ersten Blick überraschende Zusammenhang der gesuchten Wahrscheinlichkeit mit der Kreiszahl. Und damit sind wir fertig. Oder? Es könnte durchaus sein, dass Sie noch ein paar Fragen haben, weil ich eben absichtlich manchmal etwas ungenau war, damit die Kernideen des Beweises nicht hinter zu vielen nickligen Details verschwinden. Grundsätzlich ist es ein gutes Zeichen, wenn Sie noch Fragen haben, weil kritisches Hinterfragen eine der Grundvoraussetzungen für erfolgreiche mathematische Arbeit ist. Wenn Sie in Ihren eigenen Überlegungen nicht ständig nach möglichen Denkfehlern und Versäumnissen suchen, dann werden das spätestens die Gutachter der Fachzeitschrift machen, bei der Sie Ihren Beweis der Riemannschen Vermutung eingereicht haben. Auf ein paar mögliche Fragen will ich nun zumindest kurz und knapp eingehen. Dabei wird es für einige Minütchen vielleicht ein bisschen anspruchsvoller als im Rest des Videos und ich werde ein, zwei Wörter fachchinesisch einflechten. Wenn es Ihnen zu viel wird, können Sie ja mit der Kapiteleinteilung am unteren Rand des Videos zum nächsten eleganten Beweis springen. Ich erwarte, dass es bei den meisten Fragen um Grenzfälle wie diesen hier gehen wird. Was berichten die Ameisen, wenn ein V-förmiger Draht genau mit dem Knick auf einer Trennlinie landet? Das ist leicht zu beantworten. Es gibt einen Treffer und nicht etwa zwei, denn wir gehen natürlich davon aus, dass jeder Punkt des Drahtes nur genau einer Ameise zugeteilt ist. Entweder ist Ameise 1 für den Knick zuständig oder Ameise 2, aber nicht beide. Fachbegriff, wir partitionieren die Menge der Punkte des Drahtes. Und wie viele Treffer gibt es, wenn die originalen Nadel von Buffon, deren Länge der Breite der Parkettstreifen entspricht, exakt rechtwinklig zwischen zwei Trennlinien landet? Auch in diesem Fall gibt es nur einen Treffer, entweder den linken oder den rechten Punkt. Der entsprechende Fachbegriff ist in diesem Fall, dass wir uns die Nadel bzw. den Draht als halboffenes Intervall vorstellen. Damit ist auch gleich geklärt, dass durch die eben erwähnte Partitionierung der Draht gerecht zwischen den beiden Ameisen aufgeteilt wird. Falls Ihnen diese beiden Antworten wie billige Ausflüchte vorkamen, es gibt noch eine bessere Antwort und die muss man spätestens bei einer Frage wie dieser geben. Wie werden die Treffer gezählt, wenn ein Teil des Drahtes längs auf einer Trennlinie liegt? Jetzt haben Draht und Trennlinie selbst als idealisierte geometrische Objekte doch unendlich viele gemeinsame Punkte, oder? Die Antwort, und die hätte man wie gesagt schon bei den beiden Fällen vorher verwenden können, ist, dass dieser Fall nicht eintritt. Oder genauer, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das passiert, ist Null. Im Fachjargon sagt man auch, dass so ein Ereignis fast unmöglich ist. Es ist nicht völlig unmöglich, aber es spielt für die Ermittlung des Wertes, der uns eigentlich interessiert und der rein technisch ein Erwartungswert ist, keine Rolle und kann daher ignoriert werden. Das ist, wenn man wenig Erfahrung mit Stochastik hat, etwas schwer zu schlucken und ich kann das nicht in zwei Sätzen erschöpfend erklären. Ich will es aber mit einer Analogie versuchen. Damit dieser Fall eintritt, muss der mittlere Teil des Drahtes einen ganz bestimmten Winkel haben. Wenn Sie Winkel auf hundertstel Grad genau messen können, dann gibt es 18.000 verschiedene mögliche Winkel für den Draht. Alle müssen die gleiche Wahrscheinlichkeit haben und nur einer von denen führt zu diesem Fall. Aber Sie könnten sich ebenso gut vorstellen, dass Sie mit einer Genauigkeit von einem tausendstel Grad oder noch genauer messen können. Je genauer Sie quasi hinschauen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass der Draht wirklich exakt auf der Trennlinie liegt. Und in der idealisierten Welt der Mathematik können Sie beliebig genau messen. Da bleibt dann nur die Wahrscheinlichkeit Null. Eine tatsächliche Lücke in meiner Darstellung des Beweises ist der Kreis, den ich am Ende aus dem Hut zaubere. Durften wir den überhaupt verwenden? Eigentlich nicht. Dass die durchschnittliche Trefferzahl unabhängig von der Form und proportional zur Länge ist, hatte ich nämlich mithilfe der Ameisen nur für Formen begründet, die aus geraden Stücken bestehen. Das gilt für ein V oder für ein Z und auch für eine Zickzacklinie und kompliziertere Figuren, aber nicht für einen Kreis. Wie kann man das retten? Man legt regelmäßige Vielecke passend in den Kreis und um den Kreis. Für diese Vielecke ist die Trefferzahl proportional zur Länge. Außerdem muss der Kreis mindestens so oft die Linien treffen wie jedes innere Vieleck und ebenso muss jedes äußere Vieleck mindestens so oft die Linien treffen wie der Kreis. Der Rest ist nun ein einfaches Grenzwertargument. Man erhöht die Anzahl der Ecken, wodurch sich die Vielecke dem Kreis immer enger anschmiegen. Ich will das aber gar nicht weiter ausführen. Wenn Sie sich diese Frage gestellt haben, dann können Sie sie mit dieser Hilfestellung wohl auch selbst beantworten. Es gibt noch eine weitere Grenzwertbetrachtung, die ich absichtlich ausgelassen habe und die ich Ihnen auch als eine Art Hausaufgabe überlasse. Den linearen Zusammenhang zwischen Länge und Trefferzahl habe ich nur für rationale Verhältnisse begründet. Und das Verhältnis von Kreisumfang zu Durchmesser ist ja nicht rational, wie man seit dem 18. Jahrhundert weiß. Hier muss man für eine wasserdichte Argumentation ausnutzen, dass die rationalen Zahlen dicht in den reellen Zahlen liegen. Sind Sie jetzt enttäuscht, weil ich Ihnen einen unvollständigen Beweis vorgeführt habe? Das sollten Sie nicht sein. Die Schritte, die ich ausgelassen habe, würde eine Mathematikerin als Standardargumente bezeichnen und in einem Fachartikel höchstens mit einem Halbsatz erwähnen. Man muss einerseits auf solche Feinheiten achten, damit man sich keine Fehler einhandelt, aber andererseits sollten Sie nicht von den eigentlichen Ideen ablenken, die einen Beweis tragen. Und die beiden wesentlichen Ideen von Barbier, die die Eleganz seiner Argumentation ausmachen, haben wir gesehen. Zum Schluss sei noch halb im Scherz gesagt, dass wir nun, da wir den Beweis in der Tasche haben, ein allerdings umständliches Verfahren haben, den numerischen Wert von Pi, der bisher ja gar keine Rolle gespielt hat, experimentell zu bestimmen. Wenn Sie nur genau genug messen und oft genug werfen, können Sie aus den so erhobenen Daten und Schätzungen für die Kreiszahl konstruieren. Da es sich allerdings um ein Zufallsexperiment handelt, werden Ihre Ergebnisse leider immer von der Form sein, dass die ersten so und so viele Nachkommastellen nur mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent richtig sind. Vielleicht ist es doch nicht so eine praktikable Methode. Kommen wir zum nächsten eleganten Beweis. Inspiriert wurde dieses Thema durch sogenannte Schieberegister. Im Vergleich zu Buffons Problem ist das eine relativ neue Sache und sie kommt auch eher aus dem Bereich der angewandten Mathematik. Wir schauen uns aber eine vereinfachte Variante an und betreiben das aus purer mathematischer Neugier. Zu den Anwendungen sage ich dann am Schluss noch kurz etwas. Abgebildet ist der amerikanische Mathematiker und Ingenieur Solomon Golomb, der einer der Pioniere der Theorie der Schieberegister war und der auch durch Beiträge zur Unterhaltungsmathematik, beispielsweise durch seine Polyominos, bekannt wurde. In diesem Kapitel werden wir uns mit Zeichenketten beschäftigen, die aus Nullen und Einsen bestehen, also mit dem täglichen Brot der Informatik. Dafür verwenden wir eine ganz kleine Prise Fachsprache, vor der Sie keine Angst haben müssen. Sinnvolle Fachsprache dient immer nur dazu, die Kommunikation zu erleichtern. In unserem Fall brauchen wir sie nur zur Abkürzung und wir definieren auch nur zwei Begriffe. Erster Begriff, damit ich nicht immer Zeichenketten, die aus Nullen und Einsen bestehen, sagen muss, vereinbaren wir, dass wir die in Zukunft einfach Wörter nennen. 0110 ist also in diesem Sinne ein Wort, 1110011 ist ein Wort, 1 ist ein Wort und so weiter. Und vier Wörter sage ich zu Wörtern, die aus vier Zeichen bestehen. Sieben Wörter, wenn es sieben Zeichen sind und so weiter. 1001 ist also ein Vier-Wort, 110 ist ein Drei-Wort. Und das war es auch schon mit den neunfach Begriffen. Stellen wir uns zum Warmwerden, die Frage, wie viele Wörter einer festen Länge es gibt. Vielen Zuschauerinnen und Zuschauern wird das ohnehin klar sein, aber ansonsten kann man sich das auch leicht überlegen. Offensichtlich gibt es nur zwei Eins-Wörter, nämlich Null und Eins. Und es gibt nur die vier Zwei-Wörter, die hier stehen. Wenn Sie sich so eine Frage noch nie gestellt haben, dann schreiben Sie vielleicht zur Übung mal alle drei Wörter hin, die es gibt, bevor ich sie gleich zeige. Davon gibt es acht Stück. Wichtiger als die Zahl ist aber, können Sie ein System erkennen. Können Sie sagen, wie viele vier Wörter es gibt, ohne sie alle hinschreiben zu müssen. Es gibt 16 Vier-Wörter. Das System, das es mir ging und das ich auch farblich hervorgehoben habe, ist das folgende. In jeder Zeile stehen jeweils in doppelter Ausfertigung die Wörter aus der Zeile darüber in blau. Doppelt, weil man an jedes Wort sowohl eine Eins als auch eine Null dranhängen kann, um ein neues Wort zu erhalten, das ein Zeichen länger ist. Die Anzahl der möglichen Wörter verdoppelt sich also in jedem Schritt. Es gibt zwei Eins-Wörter, zweimal zwei zwei Wörter, zweimal zwei mal zwei drei Wörter etc. Das ist die Zahlenfolge 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3 und so weiter. Kurz und knapp mathematisch formuliert, es gibt zwei hoch N, N-Wörter. Das sind übrigens ganz schön viele. Man kann hier das berüchtigte exponentielle Wachstum beobachten. Zwei hoch zehn Wörter mit zehn Zeichen sind schon über tausend und Wörter mit zwanzig Zeichen gibt es deutlich mehr als eine Million. Das war aber wie gesagt nur Vorgeplänkel. Wir wollen auf so etwas wie das hier hinaus. Dieses Wort hat eine interessante Eigenschaft. Sie ist nicht so ganz offensichtlich, aber vielleicht haben Sie ja Lust, selbst ein bisschen zu rätseln, was ich für meine. So sieht man es besser. In diesem Wort stecken alle acht drei Wörter, die es gibt, als Teilwörter. Jedes kommt vor und keins kommt doppelt vor. In typischem Mathematikerschnack heißt das, dass jedes drei Wort genau einmal vorkommt. Die beiden Wörter, die wir jetzt sehen, haben diese Eigenschaft nicht. Beim ersten Wort kommen nicht alle drei Wörter vor, weil eins 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 fehlt und beim zweiten kommen zwar alle vor, aber eins kommt doppelt vor. So eine Verschwendung wollen wir auch nicht, denn es sollte ja um nachhaltige Zeichenketten gehen. Wörter, in denen jede Zeichenkette einer vorgegebenen Länge genau einmal vorkommt, sind das zentrale Thema dieses Kapitels. Natürlich, wie Sie sich schon denken können, nicht nur für die Zahl 3. Hier sehen wir drei Beispiele für die Zahl 2 und zusätzlich zudem von der vorherigen Folie noch ein weiteres für die Zahl 3. Bekommen Sie durch Probieren auch so ein Wort für n gleich 4 hin? Hier ist eine Möglichkeit und für n gleich 5 auch gleich noch eine. Wenn Sie es tatsächlich selbst gemacht haben, dann haben Sie festgestellt, dass das nicht so ganz trivial ist und man auch leicht den Überblick verliert. Die Frage, die wir beantworten wollen, ist, geht das immer weiter? Kann man auch für 6, 7 und noch größere Zahlen solche Wörter finden? Ich kann schon spoilern, dass die Antwort ja sein wird, aber natürlich können wir das nicht dadurch beweisen, dass wir mühsam noch ein paar weitere Beispiele zusammenstochern. Wir werden stattdessen eine elegante Begründung sehen, bei der wir zweimal die Sichtweise auf das Problem wechseln. Fangen wir mit einer recht unscheinbaren Kleinigkeit an. In der Überschrift steht die Frage, ob Ihnen etwas auffällt. Ich gebe zu, dass solche offenen Fragen oft etwas unbefriedigend sind, weil es immer viele Dinge gibt, die einem auffallen oder nicht auffallen könnten und Sie natürlich nicht meine Gedanken lesen können. Andererseits ist man, wenn man so ein Problem lösen will, in genau dieser Situation. Man schaut sich an, was man hat und überlegt, ob einem etwas auffällt. Vielleicht grübeln Sie ja tatsächlich mal einen Moment, was diese Beispiele außer der Eigenschaft, deren Wegen wir sie untersuchen, noch gemeinsam haben. Ich meinte das, was ich hier farblich hervorgehoben habe. In der ersten Zeile geht es um zwei Wörter und alle Beispiele fangen mit demselben Einswort an, mit dem Sie auch aufhören. In der zweiten Zeile geht es um drei Wörter und alle Beispiele fangen mit demselben Zweiwort an, mit dem Sie auch aufhören. Und so weiter. Wir werden jetzt begründen, warum das immer so sein muss. Ich erkläre das anhand eines konkreten Beispiels. Das ist dann zwar kein formaler mathematischer Beweis, wie er sich gehört, aber ich denke, es wird Sie überzeugen. Nehmen wir an, wir wollten ein Wort konstruieren, in dem jedes Vierwort genau einmal vorkommt. Wir haben uns entschieden, dass ganz am Ende das Dreiwort 110 stehen soll. Ich will jetzt begründen, dass unser Unternehmen nur dann gelingen kann, wenn das Wort auch mit 110 anfängt. Weil unser Wort alle vier Wörter enthalten muss, muss es insbesondere die beiden vier Wörter 110 und 1101 enthalten. Das sind die beiden vier Wörter, die mit 110 anfangen. Diese beiden Wörter habe ich einfach mal irgendwo platziert, und zwar an den Positionen 3 und 12. Beachten Sie, dass die beiden Wörter erstens natürlich an zwei verschiedenen Stellen stehen müssen, weil es ja zwei verschiedene Wörter sind, und dass Sie zweitens vor der Position 17 anfangen müssen, weil ab dieser Position nicht mehr genügend Platz für ein Vierwort ist. Damit haben wir nun insgesamt drei Positionen, an denen das Dreiwort 110 steht. Die beiden, die ich gerade gewählt habe, und das Dreiwort ganz am Ende. Vor diesen drei Positionen muss jedoch auch jeweils ein Zeichen stehen, also da, wo jetzt die Fragezeichen sind. Es sind aber drei Fragezeichen, und es gibt nur zwei Zeichen, nämlich 0 und 1. Wie wir es auch machen, ein Zeichen wird es doppelt geben. Und damit kommt entweder das Vierwort 0, 110 oder das Vierwort 1, 110 doppelt vor. Das ist jedoch nicht erlaubt, weil jedes Vierwort nur einmal auftreten soll. Es gibt nur eine Möglichkeit, diesem Dilemma zu entkommen. Wir platzieren den linken blauen Block so, dass er auf Position 1 ganz links anfängt, weil dann vor ihm keine Stelle mehr frei ist, an der ein Fragezeichen stehen könnte. Und das ist genau das, was ich Ihnen zeigen wollte. Es kann nur klappen, wenn ganz am Anfang dasselbe Dreiwort wie am Ende steht. Mit dieser Einsicht werden wir nun wie angekündigt zum ersten Mal den Blickwinkel wechseln. Dadurch, dass wir das Problem aus einer anderen Warte betrachten, wird es einfacher werden. Auch das ein häufiges Erlebnis, wenn man sich mit mathematischen Fragen beschäftigt. Hier sehen wir ein Beispiel für ein Wort, in dem alle vier Wörter genau einmal vorkommen. Wie wir auf der letzten Folie begründet haben, stimmen die drei Wörter am Anfang und am Ende überein. Die clevere Idee ist nun, die Zeichenkette so zu verbiegen, dass man diese beiden identischen Stücke quasi aufeinander kleben kann. Dadurch erhält man eine kreisförmige Anordnung, in der die blau hervorgehobenen redundanten Zeichen nur noch einmal vorkommen. Wenn Sie nun bei der blauen 1 rechts unten anfangen und im Uhrzeigersinn um den Kreis wandern, können Sie das ursprüngliche Wort rekonstruieren. Das Entfernen der überflüssigen drei Zeichen hat auch den angenehmen Nebeneffekt, dass die Anzahl der Zeichen nun der Anzahl der vier Wörter entspricht. Das Wort, von dem wir ausgegangen sind, bestand aus 19 Zeichen. Im Kreis unten stehen aber nur noch 16, also genau 2 hoch 4. Bevor wir weitermachen, möchte ich jedoch noch zwei Kommentare loswerden. Erstens kann man die Idee, die Wörter im Kreis anzuordnen, vielleicht nicht gerade als genial, aber doch als clever bezeichnen. Das würde ich auch über die Ideen von Barbier aus dem vorherigen Beweis sagen. Wenn man so eine Idee erst einmal verstanden hat, ist man aber oft geneigt, sie als vergleichsweise banal abzutun. Ich würde sie allerdings nicht so herabwürdigen. Nach meiner Erfahrung zeichnen sich gerade die besonders guten und fruchtbaren Ideen dadurch aus, dass sie ganz einfach erscheinen und man durch sie das genießen kann, was Poincaré als Freude des Verstehens bezeichnet hat. Das ändert aber nichts daran, dass jemand diese Idee erst einmal haben musste. Und das führt gleich zu meiner zweiten Bemerkung. Studierende fragen manchmal, wie man denn auf so etwas kommen solle. Dahinter steckt oft der Wunsch, ein mechanisch abzuarbeitendes Lösungsverfahren präsentiert zu bekommen, wie man es aus der Schule kennt. Richtige Mathematik funktioniert aber nicht so. Richtige Mathematik erfordert Kreativität und auch Geduld. Routine und Erfahrung sind sicher hilfreich, aber es gibt nicht die eine Methode, mit der man Schritt für Schritt jedes mathematische Problem löst. Wie schon Euclid vor fast 2500 Jahren sagte, gibt es keinen Königsweg zur Mathematik. Ein bisschen mehr dazu in den Literaturhinweisen am Ende des Videos. Wir werden uns jedenfalls ab jetzt darauf konzentrieren, solche Kreise zu finden, in denen jedes Vierwort oder allgemeiner jedes N-Wort genau einmal vorkommt. Das wird unsere Aufgabe erleichtern. Als erstes bemerken wir durch diese Darstellung, dass die drei Zeichen an der Klebestelle gar keine besondere Rolle spielten. Wir können jede Stelle im Kreiseis Anfang wählen und erhalten immer der Reihe nach alle vier Wörter. Außerdem ist es auch egal, ob wir im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn um den Kreis laufen. Eine Mathematikerin würde sagen, dass wir dadurch Symmetrien in der Aufgabenstellung erkannt haben. Das ist immer hilfreich. Wir lesen jetzt im Uhrzeigersinn und greifen uns zwei aufeinanderfolgende vier Wörter heraus, die durch die blauen Pfeile angezeigt werden. Es sind 1001 und 0011. Weil ein Wort direkt hinter dem anderen steht, müssen die beiden sich überlappen. Sie teilen sich das Dreiwort 001 in ihrer Mitte. Man könnte auch sagen, dass 001 das Verbindungsglied zwischen den beiden vier Wörtern ist. Wir drehen nun jedoch den Spieß um und betrachten die drei Wörter auf dem Kreis. An jeder der 16 Positionen fängt ein Vierwort an, aber an jeder der 16 Positionen fängt auch ein Dreiwort an. Die sind zwar nicht wie die vier Wörter alle verschieden, aber das macht nichts. Schauen wir uns die beiden ebenfalls direkt aufeinanderfolgenden drei Wörter 100 und 001 an, wieder durch Pfeile hervorgehoben. Die beiden zusammen bilden ein Vierwort, nämlich 1001. Das Dreiwort 100 ist der Anfang und das Dreiwort 001 ist das Ende. Man kann es also so interpretieren, dass das Vierwort 1001 diese beiden drei Wörter verbindet. Und so werden wir es in Zukunft auch sehen. Die vier Wörter betrachten wir als Straßen zwischen den drei Wörtern, die dann für uns Städte sind. Wir werden dafür eine Straßenkarte erstellen. Für n gleich 4 führen wir das gleich mal exemplarisch durch. Wir fangen mit den drei Wörtern an, die unsere Städte sein sollen. Es gibt acht Dreiwörter, die wir hier alle sehen. Und nun die verbindenden Straßen, also die vier Wörter. Dieser Übergang vom Kreis zur Straßenkarte ist der zweite Wechsel des Blickwinkels in diesem Kapitel. Und für die folgenden Überlegungen ist es wichtig, diese Karte wirklich zu verstehen. Ich werde gleich noch auf einige Details hinweisen, aber nehmen Sie sich ruhig die Zeit, das Video anzuhalten und die Karte eingehend zu studieren. Zunächst vielleicht nochmal eine kurze Erklärung. Die gebogene Straße 0001 links oben führt von der Stadt 000 zur Stadt 001, weil das Vierwort 0001 mit dem Dreiwort 000 anfängt und mit dem Dreiwort 001 aufhört. So sind alle Straßen zu verstehen und Sie können nachzählen. Wir haben 16 Straßen, die auch alle unterschiedliche Straßennamen haben. Außerdem sollte Ihnen aufgefallen sein, dass alle Straßen eine durch einen Pfeil angezeigte Richtung haben. Das sind nämlich alles Einbahnstraßen. Man kann beispielsweise wie eben beschrieben von 000 nach 001 fahren, aber nicht von 001 nach 000, weil es kein Vierwort gibt, das mit 001 anfängt und mit 000 aufhört. Es gibt zwei etwas seltsame Straßen ganz außen, die in dieselbe Stadt wieder hineinführen, aus der sie herausfahren, aber die sind korrekt. Das Wort 0000 fängt zum Beispiel mit 000 an und hört auch mit 000 auf. Außerdem ändern diese beiden Straßen nichts an den grundlegenden Eigenschaften, über die ich gleich sprechen möchte. Vorab aber das Wichtigste. Unser Ziel ist nach wie vor, Wörter zu finden, die jedes Vierwort oder allgemein jedes N-Wort genau einmal enthalten. Dabei soll uns ein Plan wie dieser helfen. Darum muss man sich klar machen, dass man diesen Plan zeichnen kann, ohne so ein Wort zu kennen. Es handelt sich um einen simplen mechanischen Prozess, den auch ein Computer durchführen könnte. Erst alle drei Wörter generieren und daraus Städte machen, dann alle vier Wörter, also alle Straßen generieren und mit denen jeweils die Städte verbinden. Wenn Sie im ersten Kapitel umfassende Experimente mit Büroklammern durchgeführt haben, dann haben Sie jetzt vielleicht auch Lust, zu Übungszwecken mal die Karte für N gleich 5 zu zeichnen. 16 Städte und 32 Straßen. Wenn wir dann eine Karte haben, dann ist unser Ziel, eine Route zu finden, die jede Straße genau einmal abfährt. Stellen Sie sich eine Angestellte des Straßenbauamtes vor, die alle Straßen in ihrem Zuständigkeitsbereich inspizieren muss und dabei möglichst effizient vorgehen will. Und beachten Sie, wie sich erneut unsere Aufgabe gewandelt hat. Von Wörtern wird gleich gar nicht mehr die Rede sein. Es wird nur noch um Straßenkarten und Routen gehen. Falls Sie im Kreise Ihrer Bekannten ein bisschen angeben wollen, wir betreiben hier gerade Grafentheorie. Und die, die sich damit auskennen und schon mal von Euler-Kreisen gehört haben, ahnen schon, wie es weitergehen wird. Ich hatte aber versprochen, Sie heute möglichst wenig mit Fachchinesisch zu belästigen. Wir reden weiter von Straßen und Städten und arbeiten nun die beiden entscheidenden Eigenschaften dieses Plans heraus. Ich hätte wieder fragen können, ob Ihnen etwas auffällt, aber ich will Sie ja nicht ärgern. Darum sage ich es einfach. Schauen Sie sich mal die Stadt 010 an. Es führen zwei Straßen aus dieser Stadt heraus und zwei hinein. Und jetzt schauen Sie sich die anderen Städte an. Da ist es auch so. Es führen immer zwei Straßen heraus und zwei hinein. Natürlich reicht als Beweis nicht das visuelle Überprüfen einer einzigen Karte. Ich behaupte, dass das für jede Karte gilt. Die Begründung ist aber zum Glück ganz einfach. Nehmen wir die Stadt 101. Welche Straßen führen in diese Stadt hinein? Ganz einfach. 0101 und 1101. Man erhält sie, indem man 0 bzw. 1 vor den Namen der Stadt setzt und weitere Straßen gibt es nicht. Und die beiden Straßen 1010 und 1011, die aus der Stadt 101 herausführen, bekommt man dadurch, dass man 0 und 1 hinter den Namen hängt. Ebenso einfach. Für andere Werte geht das genauso. Hier ein Beispiel für n gleich 6 statt n gleich 4. Und jetzt die zweite wesentliche Eigenschaft der Landkarte. Greifen wir uns jetzt zwei Städte heraus und fragen uns, ob es zum Beispiel einen Weg von 110 nach 010 gibt. Ja, den gibt es. Sieht man ja sofort. Man kann direkt über 101 fahren. Es gibt sogar noch andere Möglichkeiten. Aber geht das immer? Gibt es von jeder Stadt zu jeder anderen mindestens eine Route? Zumindest zerfällt unsere Karte nicht in zwei getrennte Kontinente, die überhaupt nicht durch Straßen verbunden sind. Aber man könnte sich vielleicht trotzdem gemeine Karten vorstellen, bei denen das System der Einbahnstraßen eine Fahrt von A nach B unmöglich macht. Zum Glück passiert das nicht. Und hier ist die Begründung dafür. Nehmen wir mal exemplarisch den Fall n gleich 7, bei dem die Städte sechs Wörter sind. Ich habe zwei Städte ausgewählt und frage sie, ob sie einen Straßenzug konstruieren können, der von der oberen Stadt in die untere führt. Die Antwort ist, dass man das immer nach Schema F hinbekommen kann. Wir streichen das erste Zeichen des Namens der ersten Stadt und hängen dafür hinten das erste Zeichen der zweiten Stadt an. Dann streichen wir vorne das nächste Zeichen und hängen hinten ein weiteres Zeichen der unteren Stadt an. Und das machen wir so lange, bis aus dem ersten Namen der zweite geworden ist. Die zugehörigen Straßen ergeben sich dann von selbst, indem wir einfach die Namen zweier übereinanderstehender Städte zu einem Straßennamen verschmelzen. Das ist schon alles. Und das klappt offensichtlich immer. Manchmal geht es sogar noch einfacher, nämlich dann, wenn wie hier der Anfang des Zielnamens schon am Ende des Startnamens steht. Dann gibt es weniger Zwischenschritte und deshalb eine kürzere Route. Das ändert aber nichts daran, dass wir auf jeden Fall von der ersten in die zweite Stadt kommen. Die beiden Eigenschaften, die wir eben bewiesen haben, habe ich der guten Ordnung halber aufgeschrieben. Ich habe sogar etwas weniger aufgeschrieben. Wir wissen, dass jede Stadt zwei Zufahrten und zwei Ausfahrten hat. Es reicht aber für unsere Zwecke, dass in jeder Stadt die Anzahl der Zufahrten mit der Anzahl der Ausfahrten identisch ist. Und ich behaupte jetzt, dass es für jeden Straßenplan, der diese beiden Bedingungen erfüllt, eine Tour gibt, die jede Straße genau einmal abfährt, sodass unsere Straßenbaumeisterin von vorhin nicht zu viel fahren muss, aber trotzdem alle Straßen inspizieren können. Wenn wir das noch begründen können, dann sind wir fertig, weil das dann ja insbesondere für die Pläne gilt, die aus unserer ursprünglichen Frage entstanden sind. Hier ist so ein Plan. Wie ich schon angekündigt hatte, können wir uns das Beschriften der Städte und Straßen sparen. Es reicht, wenn wir den Plan selbst haben. Und ich habe absichtlich nicht einen Plan genommen, der wie der vorherige aus Wörtern entstanden ist, sondern einen krummen und schiefen, der aber die beiden auf der letzten Folie genannten Eigenschaften hat. Sie sollten das vielleicht überprüfen und mir nicht einfach glauben. Ich mache gerne und oft Flüchtigkeitsfehler. Nun basteln wir uns eine Tour zusammen. Wir wählen ganz nach Belieben eine Stadt aus, in der wir losfahren wollen und markieren sie durch einen Stern. Dann fahren wir von dort in eine andere Stadt. Und von dort in die nächste. Einzige Bedingung ist, dass wir keine Straße wählen, über die wir schon gefahren sind. Und so machen wir weiter, bis wir wieder am Start angelangt sind. Wenn Sie genügend mathematisches Skepsis in sich tragen, dann haben Sie sich an dieser Stelle geräuspert und gefragt, ob das denn klappt. Woher wissen wir denn, dass wir wieder zum Start zurückkommen? Könnte es nicht sein, dass wir vorher schon stecken bleiben, weil alle Straßen, die wir erreichen können, bereits befahren sind? Nein. Der Grund ist ganz einfach. In jede Stadt führen genau so viele Straßen hinein, wie auch aus ihr herausführen. Wenn wir durch eine Stadt durchgefahren sind, gibt es danach eine Zufahrt und eine Ausfahrt weniger. Entweder kommt man danach noch hinein und dann auch wieder heraus oder man kommt gar nicht mehr hinein. Die einzige Stadt, die nach Beginn der Tour sozusagen eine Einfahrt zu viel hat, ist der Startort. Und darum kann die Tour auch nur dort enden. Okay, soweit so gut. Aber wie man an unserem Beispiel sieht, muss eine so erstellte Tour nicht notwendig über alle Straßen führen. Und das war ja unser Ziel. Was nun? Wir wählen uns auf unserer Tour eine Stadt, von der aus eine noch unbefahrene Straße ausgeht. Ich habe eine solche Stadt mit einem Pluszeichen markiert. Und von da aus machen wir nun genauso eine Spritztour wie eben, die zurück zum Pluszeichen führt. Dabei verwenden wir natürlich ausschließlich Straßen, die bisher noch nicht befahren wurden. Das wird aus demselben Grund wie eben klappen. Nach dem Streichen der schon gefahrenen Straßen haben nämlich alle Städte immer noch die gleiche Anzahl an Zu- und Abfahrten. Also finden wir eine Tour durch bisher nicht befahrene Straßen, die vom Pluszeichen zum Pluszeichen führt. Nun fügen wir die neue Tour zur alten hinzu. Unsere Gesamttour beginnt jetzt in dem Ort, der mit einem Stern als Start markiert wurde. Dann fahren wir auf den dicken hellblauen Pfeilen bis zum Pluszeichen. Und von dort aus fahren wir die dunkelblaue Rundtour ab, die uns zum Pluszeichen zurückführt. Schließlich fahren wir auf den hellblauen Pfeilen weiter bis zum Start. Wir sehen zwar, dass wir immer noch nicht alle Straßen haben, aber wir bauen einfach weiter Umwege ein, bis irgendwann alles abgedeckt ist. Hier könnten ein letztes Mal Ihre mathematischen Alarmglocken geklingelt haben. Können wir denn sicher sein, dass wir alle noch nicht befahrenen Straßen von unserer zusammengestückelten Tour aus auch erreichen können? Zum Glück können wir das. Dafür sorgt die zweite Eigenschaft unseres Stadtplans. Wenn es noch irgendwo eine Straße gibt, die noch nicht auf unserer Tour liegt, dann führt diese Straße von einer Stadt, die wir A nennen, zu einer anderen Stadt, die uns nicht weiter interessiert. Wir greifen uns irgendeine Stadt B heraus, die bereits auf unserer Tour liegt. Wir haben vorhin bewiesen, dass es mindestens einen Straßenzug gibt, der von B nach A führt. Den fahren wir in Gedanken ab und spätestens bei A, aber vielleicht schon vorher, kommen wir auf diesem Weg zum ersten Mal über eine Straße, auf der wir noch nicht waren. Und die muss dann, weil es die erste war, direkt von unserer vorhandenen Route abzweigen. Wir können also auf jeden Fall immer wieder unbefahrene Straßen zur Route hinzufügen, solange noch welche da sind. Darum kann dieser Prozess erst aufhören, wenn wir wirklich alle erwischt haben. Aber spielen Sie ruhig noch ein bisschen mit dem Plan herum, bis Sie überzeugt sind. Ich warte so lange. Wir haben nun unseren zweiten eleganten Beweis beendet und können uns sicher sein, dass wir beispielsweise ein Wort konstruieren könnten, das jedes 20-Wort genau einmal enthält und das deshalb aus über einer Million Zeichen bestehen muss. Mathematisch war das alles, was ich in diesem Kapitel zeigen wollte. Und wie ich immer wieder gerne betone, reicht den meisten Mathematikern ein interessantes Problem als Berechtigung dafür, sich mit einer Sache zu beschäftigen. Aber oft wird auch gefragt, wozu man sowas denn gebrauchen kann. Und in diesem Fall liegt es nahe, dazu ein paar Worte zu verlieren. 1961 führte ein Team von amerikanischen Wissenschaftlern, zu dem auch der vorhin erwähnte Coulomb gehörte, eine neue Vermessung des Abstands zwischen Erde und Venus durch und konnte dadurch die bis dahin erreichte Genauigkeit deutlich verbessern. Die wesentliche Idee dabei war, in vereinfachter Form die, ein Radarsignal von der Erde zur Venus zu schicken, die Reflexionen mit Radioteleskopen aufzufangen und dann die Zeit zu messen, die das Signal für Hin- und Rückreise gebraucht hatte. So ein Signal kann man als Folge von Einsen und Nullen, also von Bits, im Sinne von Energie an und Energie aus interpretieren. Es würde aber wenig Sinn ergeben, einfach abwechselnd Einsen und Nullen zu senden, weil man dann der empfangenden Reflexion nicht ansehen kann, wann genau sie abgeschickt wurde. Der Trick ist, beispielsweise ein Wort zu senden, in dem alle 50 Wörter genau einmal vorkommen. Man verschickt damit eine Folge von Billiarden von Bits und kann jederzeit nach dem Empfang von lediglich 50 Bits rekonstruieren, wo in der Folge man ist und wann dieser Teil gesendet wurde. Allerdings macht man das im wirklichen Leben nicht mit dem Verfahren, über das wir eben gesprochen haben, weil das technisch zu aufwendig wäre. Stattdessen verwendet man eine noch viel genialere und elegantere Idee, die man linear rückgekoppelte Schieberegister, abgekürzt LFSR, nennt. Die kann man als ganz simple elektronische Schaltung realisieren. Die hier abgebildete kann beispielsweise alle 20 Wörter, also mehr als eine Million, der Reihe nach ausgeben. Wenn man ganz genau ist, alle bis auf eines, weil Schieberegister das Wort, das nur aus Nullen besteht, nicht produzieren können. Das ist aber natürlich bei so vielen Wörtern irrelevant. Für die Menschen mit einer gewissen Affinität zu Computern hier eine Realisation der Idee als Python-Programm. Alles, was man braucht, sind die sechs Zeilen ganz oben. Der Rest dient lediglich zum Überprüfen und ganz unten wird die Schaltung von der letzten Folie getestet. Linear rückgekoppelte Schieberegister sind inzwischen allgegenwärtig und werden nicht nur bei Radarmessungen verwendet, sondern zum Beispiel auch im Mobilfunk und der Satellitennavigation, in der Kryptographie, für Pseudo-Zufallszahlen und für automatische Selbsttests elektronischer Schaltung. Stephen Wolfram schrieb in einem Nachruf auf Solomon Golomb, dass es sich dabei um den mit Abstand meistgenutzten mathematischen Algorithmus aller Zeiten handelt, weil er in jeder Sekunde auf der ganzen Welt millionenfach abläuft. Allerdings braucht man für das Verständnis dieser unschuldig aussehenden Schaltung doch etwas mehr Mathematik, nämlich insbesondere modulare Arithmetik und Algebra. Vielleicht erkläre ich das nochmal in einem separaten Beitrag, aber in meinem Video über zyklische Redundanzprüfung bekommt man schon einen ganz guten Eindruck von der Theorie hinter solchen Vorgängen. Und damit sind wir schon beim letzten Kapitel für heute. Der hier abgebildete deutsche Mathematiker Emanuel Sperner hat 1928 mit 22 Jahren für seine Dissertation an der Universität Hamburg an topologischen Themen gearbeitet und einen einfacheren und eleganteren Beweis für einen bereits bewiesenen Satz vorgelegt. Dafür hat er eine Hilfsaussage bewiesen. Für solche kleinen Aussagen, die im Allgemeinen nur Werkzeuge für das Errichten größerer Gedankengebäude sind, verwendet man in der Mathematik die Bezeichnung Lämmer statt Satz oder Theorem. Manchmal, wie in diesem Fall, gehen solche Lämmerter aber in die Geschichte ein, weil sie sich trotz ihrer oberflächlichen Einfachheit als grundlegend und daher vielfältig einsetzbar erweisen. Das Lämmer von Sperner wurde schon kurz nach der ersten Veröffentlichung für weitere Beweisvereinfachungen eingesetzt und hat inzwischen in der Mathematik viele Anwendungen gefunden. Die sind alle zu kompliziert für dieses Video, aber das Lämmer selbst werden wir uns anschauen und auch beweisen. Übrigens gibt es, falls Sie selbst recherchieren wollen, auch einen Satz von Sperner. Den sollten Sie nicht mit dem Lämmer verwechseln, weil es um unterschiedliche Dinge geht. Wir werden eine etwas allgemeinere Aussage als das spernische Lämmer beweisen, aber selbst das wird vielen Zuschauern wohl immer noch recht banal vorkommen. Es wird um nicht viel mehr als cleveres Zählen gehen. Ich hoffe jedoch, dass durch meine Vorbemerkungen klar geworden ist, dass hinter der Aussage mehr Substanz steckt, als man zunächst denkt. Sperners Lämmer gilt für beliebige Dimensionen. In diesem Video beschränken wir uns aber auf die Dimensionen 1 und 2, die man gut visualisieren kann. Die fortgeschrittenen Zuschauerinnen werden sich leicht überlegen können, wie man das Ergebnis auf höhere Dimensionen verallgemeinern kann. In Dimension 1 fangen wir mit einer Linie an. Auf Anfang und Ende der Linie setzen wir jeweils einen Punkt. Und dann dürfen wir dazwischen noch beliebig viele weitere Punkte setzen. Die Anzahl ist egal und es ist auch egal, wo die Punkte sind. Es dürfen lediglich nicht zwei Punkte direkt aufeinander platziert werden. Ich habe die Punkte der besseren Sichtbarkeit halber recht dick gezeichnet, aber die Idee ist natürlich, dass es sich um idealisierte mathematische Punkte ohne Ausdehnung handeln soll. Wir haben also kein Platzproblem. Nun färben wir die beiden Endpunkte mit zwei Farben. Wir werden für den Rest des Videos mit insgesamt drei Farben auskommen und in Dimension 1 sogar mit zwei Farben. Ich schreibe aber zusätzlich immer noch einen Buchstaben auf die Punkte, weil es dann leichter ist, über die Färbungen zu sprechen. Alle Punkte, auf denen A steht, sollen also dieselbe Farbe haben. Im Video ein leuchtendes Blau. Und alle Punkte, auf denen B steht, sollen dieselbe Farbe haben, die eine andere als die der A-Punkte sein soll. Im Video handelt es sich um ein dunkles Blau. Ich wiederhole nochmal, die beiden Endpunkte werden mit zwei verschiedenen Farben gefärbt. Dann färben wir auch die anderen Punkte mit diesen beiden Farben. Hier gibt es nun keine weiteren Regeln mehr. Wir dürfen beliebig färben. Auch Extremfälle wie der, dass alle Punkte die Farbe A bekommen, sind erlaubt. Hier noch ein weiteres Beispiel. Die Punkte unterteilen die ursprünglichen Linien Abschnitte. Oben haben wir insgesamt neun Punkte und damit acht Abschnitte. Unten haben wir sieben Punkte, also sechs Abschnitte. Abschnitte, die von Punkten mit unterschiedlichen Farben begrenzt werden, nennen wir bunte Abschnitte. Die sind auf dieser Folie durch eine Zickzacklinie hervorgehoben. Oben gibt es fünf bunte Abschnitte, unten drei. Wir wollen etwas über die Anzahl der bunten Abschnitte aussagen. Wenn Sie mitmachen wollen, dann zeichnen Sie selbst noch ein paar solcher Beispiele und überlegen Sie, was man mit Sicherheit über diese Anzahl sagen kann. Um zu einer Aussage zu kommen, wenden wir einen kleinen Trick an, der in der Kombinatorik häufig Verwendung findet. Wir zählen eine bestimmte Klasse von Objekten auf zwei verschiedene Arten. Weil beide mal dasselbe Ergebnis herauskommen muss, kann man daran häufig etwas erkennen. In unserem Fall markieren wir alle Punkte, die die Farbe A bekommen haben, mit kleinen Kreisen links und rechts von diesen Punkten. Allerdings soll diese Kreise nur auf der Linie sitzen, das heißt links vom ersten Punkt gibt es keinen Kreis. Diese Kreise zählen wir nun zweimal. Genauer, wir zählen sie gar nicht wirklich, sondern wir überlegen uns, wie man sie zählen könnte. Eine Möglichkeit des Zählens erhält man, wenn man die einzelnen Abschnitte durchgeht. Ist ein Abschnitt nicht bunt, dann enthält er entweder zwei Kreise, wenn die begrenzenden Punkte beide die Farbe A haben, oder gar keinen, wenn die begrenzenden Punkte die Farbe B haben. Zählt man alle Kreise in solchen Abschnitten zusammen, so ergibt sich also eine gerade Zahl. Es fehlen noch die Kreise in bunten Abschnitten. In jedem bunten Abschnitt befindet sich ein Kreis. Damit ergibt sich offensichtlich, die Gesamtzahl aller Kreise ist ungerade, wenn die Anzahl der bunten Abschnitte ungerade ist. Und sie ist gerade, wenn die Anzahl der bunten Abschnitte gerade ist. Denn die Kreise in den Abschnitten, die nicht bunt sind, spielen keine Rolle, wie wir uns gerade überlegt haben, weil deren Anzahl gerade ist. Nun zählen wir die Kreise nochmal, gehen aber punktweise vor. Wir haben die Kreise so gesetzt, dass an jedem inneren Punkt mit der Farbe A zwei Kreise sitzen. Das ergibt insgesamt wieder eine gerade Anzahl von Kreisen. Aber es gibt ja noch den einen Kreis am Endpunkt. Darum ist die Gesamtzahl der Kreise auf jeden Fall ungerade. Und das war's schon. Beide Zählungen zusammengefasst ergeben, die Anzahl der bunten Abschnitte ist ungerade, denn wir haben uns überzeugt, dass die Anzahl der Markierungskreise ungerade ist. Und vorher hatten wir uns überlegt, dass die Anzahl der bunten Abschnitte genau dann ungerade ist, wenn die Anzahl dieser Kreise ungerade ist. Daraus folgt insbesondere, dass es mindestens einen bunten Abschnitt gibt, weil die Zahl 0 gerade ist. Es ist also unmöglich, dass es 0 bunte Abschnitte gibt. Habe ich nicht prophezeit, dass Sie das banal finden werden? Und sicher hätte man auf diese Aussage auch auf anderen Wege kommen können. Aber wir haben ja noch den zweidimensionalen Fall vor uns. Der ist zumindest ein bisschen weniger trivial und wir werden die gerade erlernte Technik des doppelten Abzählens dort erneut anwenden können. In diesem Fall geht es um Polygone, also Vielecke. Hier als Beispiel ein Sechseck, aber Sie können das auch mit einem Viereck oder einem 42-Eck oder mit irgendeinem anderen Vieleck machen. Die Eckpunkte werden markiert. Und dann dürfen wir auf den Seiten des Polygons noch weitere Punkte platzieren. Wie im eindimensionalen Fall dürfen das so viele sein, wie wir wollen. Schließlich kommen noch Punkte ins Innere. Da gibt es ebenfalls für Anzahl und Positionen keinerlei Vorschriften. Nun werden die Punkte mit Linien verbunden. Das können zwei Punkte auf den Seiten sein, wie in diesem Beispiel. Oder zwei Punkte im Inneren, so wie hier. Oder wir verbinden einen Punkt auf einer Seite mit einem Punkt im Inneren. Auch hier sind wir völlig frei. Bis auf die einzige Regel, dass sich solche Linien nicht schneiden dürfen. Das machen wir so lange, bis man keine Linien mehr ziehen kann. Probieren Sie es ruhig mal aus. Sie werden feststellen, dass Sie am Ende die vom Polygon umschlossene Fläche in lauter Dreiecke unterteilt haben. Und wenn Sie Lust haben, dann beweisen Sie nebenbei, dass dieser Prozess wirklich immer mit einem Dreiecksnetz terminiert. Im folgenden Schritt werden die Punkte gefärbt. Wir fangen an mit den Eckpunkten des ursprünglichen Polygons, die wir beliebig färben dürfen. Dafür haben wir nun drei Farben zur Verfügung, die ich A, B und C nennen werde. Als nächstes werden die Punkte auf den Seiten des Polygons gefärbt. Hier gibt es nur eine Regel, die beiden Eckpunkte an den Enden einer Seite geben die erlaubten Farben vor. Beispielsweise sind auf der oberen Seite, die nahezu horizontal verläuft, nur die Farben A und C zugelassen. Weitere Regeln gibt es aber nicht. Zum Schluss werden die inneren Punkte ohne weitere Einschränkungen gefärbt. Alle Farben sind erlaubt. Uns interessieren jetzt die bunten Dreiecke. Damit sind die gemeint, deren drei Ecken drei verschiedene Farben haben. Die bunten Dreiecke im Beispiel sind durch eine graue Füllung hervorgehoben. Beweisen wollen wir nun eine Aussage über die Anzahl der bunten Dreiecke. Genauer über die Parität dieser Anzahl, also darüber unter welchen Bedingungen wir es mit einer geraden oder einer ungeraden Zahl von bunten Dreiecken zu tun haben. Wenn Sie Lust haben, das selbst herauszubekommen, dann sollten Sie jetzt eine Pause einlegen und vielleicht erst einmal damit anfangen, ein paar eigene Beispiele zu zeichnen. Wir wollen wieder zählen und konzentrieren uns dafür auf die beiden Farben A und B. Neben alle Linien, die von einem A zu einem B-Punkt führen, setzen wir links und rechts je einen Markierungspunkt, wenn es Linien sind, die im Inneren des Polygons verlaufen. Neben AB-Linien, die auf einer Polygon-Seite liegen, setzen wir nur einen Markierungspunkt, und zwar auf der Seite, die innen liegt. Diese Markierungen, ich hatte es ja schon angekündigt, zählen wir auf zwei Arten. Die erste Zählart ist naheliegend und folgt direkt daraus, wie die Markierungen angeordnet wurden. Wenn ein Linien im Inneren Markierungspunkte anliegen, dann sind es immer gleich zwei. Ein Beispiel ist blau hinterlegt. Also ist die Anzahl der Markierungen, die nicht an den Seiten des Polygons liegen, auf jeden Fall gerade. An den Linien auf den Seiten des Polygons, auch hier ist ein Beispiel blau hinterlegt, liegen immer einzelne Markierungspunkte, wenn dort welche liegen. Und wir hatten die Markierungen nur an die Linien gelegt, die wir im eindimensionalen Fall bunte Abschnitte genannt hatten. Solche Abschnitte können aber nach unseren Färbungsregeln nur auf Polygon-Seiten liegen, die von einer A zu einer B-Seite führen. Und wir haben gerade bewiesen, dass auf so einer Seite immer eine ungerade Anzahl von bunten Abschnitten liegt. Damit ist klar, dass die Anzahl der Markierungspunkte insgesamt dann und nur dann ungerade ist, wenn die Anzahl der A-B-Seiten des Polygons ungerade ist. Das war die eine Art, die Markierungspunkte zu zählen. Jetzt zählen wir sie erneut und schauen uns dafür die Dreiecke an. Manche Dreiecke sind, wie das gerade blau gefüllte, leer. Das sind die, bei denen A und B nicht beide als Eckenfarben vorkommen. Dann gibt es Dreiecke wie dieses hier, bei denen nur A und B als Eckenfarben vorkommen. Die müssen zwangsläufig immer genau zwei A-B-Seiten haben oder gar keine und deshalb zwei Markierungspunkte enthalten oder gar keinen. Diese beiden Dreiecksorten zusammen liefern daher eine gerade Anzahl von Markierungspunkten. Als letzte Sorte verbleiben noch die uns eigentlich interessierenden bunten Dreiecke. Die enthalten nach Konstruktion immer genau eine Markierung. Also ist logischerweise die Anzahl der Markierungspunkte genau dann ungerade, wenn die Anzahl der bunten Dreiecke ungerade ist. Und das ist auch schon die Aussage, die wir beweisen wollten. Die Anzahl der A-B-Seiten, also der Seiten des Polygons, deren Endpunkte die Farben A und B haben, determiniert die Parität der Anzahl der bunten Dreiecke. Ist sie gerade, dann ist die Anzahl der bunten Dreiecke gerade. Ist sie ungerade, dann ist die Anzahl der bunten Dreiecke ungerade. Fußnote, dass wir gerade die Farben A und B ausgesucht haben, spielt natürlich keine Rolle. Wir hätten das auch mit A und C oder B und C machen können. Das gilt aus Symmetriegründen, wie eine Mathematikerin sagen würde. Wenn wir diese gerade bewiesene Aussage auf die einfachsten Polygone, also auf Dreiecke übertragen und fordern, dass die drei Ecken unterschiedliche Farben haben, was folgt dann? Richtig, es gibt dann genau eine A-B-Seite und daher ist die Anzahl der bunten Dreiecke ungerade. Insbesondere heißt das, dass es mindestens ein buntes Dreieck geben muss. Und wie wir hier sehen, kann es auch sein, dass es tatsächlich nur eins gibt. Diese simple Aussage ist das eigentliche Lämmer von Sperna. Mehr braucht er gar nicht. Allerdings hat Sperna das Lämmer nicht nur in der Fläche, sondern für beliebige Dimensionen formuliert und bewiesen. Es sagt dann etwas über sogenannte Simplexe statt über Dreiecke aus. Damit kann man beispielsweise sehr elegant und einfach den bekannten Fixpunktsatz von Brauer beweisen, für den alle anderen Beweise deutlich aufwendiger sind. Wahrscheinlich zeige ich das demnächst mal in einem anderen Video, das sich eher an angehende Mathematikerinnen und Mathematiker richtet. Sollten von denen noch einige Zuschauer und sich bisher unterfordert gefühlt haben, so habe ich für die noch eine kleine Hausaufgabe. Stellen Sie sich vor, die überabzählbar vielen Punkte einer Dreiecksfläche würden beliebig mit drei Farben gefärbt. Technisch formuliert wird die Punktmenge in drei Mengen partitioniert. Die einzige Regel ist, dass für jede der Seitenlinien jeweils eine Farbe nicht erlaubt ist, und zwar für jede Seite eine andere Farbe. Man beweise, dass man innerhalb des Dreiecks beliebig kleine Kreise finden kann, in denen Punkte aller drei Farben vorkommen. Für eine Färbung wie die Abgebildete ist das trivial, aber die Partition kann natürlich sehr clever sein und so kompliziert, dass man sie nicht visualisieren kann. Mithilfe des Lemmas von Sperner lässt sich die Aussage trotzdem elegant beweisen. Und das war's für heute. Wie üblich kommen jetzt noch ein paar Literaturtipps und ganz zum Schluss gibt es noch eine kleine Ankündigung. Die Themen für dieses Video habe ich aus dem Buch How the Other Half Things geklaut, das mir vor einiger Zeit in die Hände gefallen ist. Der Titel ist eine Anspielung auf die Dichotomie zwischen der geisteswissenschaftlich-literarischen und der naturwissenschaftlich-technischen Denkwelt. Der amerikanische Mathematiker Sherman Stein richtet sich mit dem Buch an die aus seiner Sicht andere Hälfte und versucht, ihr das mathematische Denken anhand sehr einfacher Beispiele nahe zu bringen. Die Erklärungen sind noch ausführlicher und kleinteiliger als in diesem Video und daher ist das Buch für mathematisch vorgebildete Leser wohl ein bisschen zu einfach. Es könnte sich aber gut als Anregung für Lehrende eignen. Leider gibt es sowohl das Buch als auch den Verlag nicht mehr, aber im Antiquariat findet man zumindest das Buch noch. Dieses Buch habe ich in einem anderen Video schon mal erwähnt, aber es kann nicht schaden, das zu wiederholen, zumal das besagte Video auch zur Kategorie der eher wenig gesehenen gehört. Der legendäre ungarische Mathematiker Paul R. Dösch hat, obwohl er sich als Atheist bezeichnet hat, immer scherzhaft gesagt, Gott hätte ein dickes Buch mit mathematischen Beweisen, aber darin würden nur die wirklich eleganten und perfekten Beweise stehen. Das passt also wunderbar zum Thema dieses Videos. Der Österreicher Martin Aigner und der deutsche Günther Ziegler haben Ende der 90er Jahre angefangen, eine Sammlung solcher wirklich schönen Beweise zusammenzustellen, aber die erste Auflage ist leider erst nach dem Tod von R. Dösch herausgekommen. Inzwischen erscheint das Buch in der sechsten Auflage und in vielen Übersetzungen und erfreut sich zu recht großer Beliebtheit. Wenn man verstehen will, was Eleganz und Ästhetik im Kontext der Mathematik bedeuten, dürfte das eine ideale Quelle sein. Allerdings mit der Einschränkung, dass das Niveau deutlich höher als in diesem Video ist. Die Autoren schreiben im Vorwort, dass ein Grundstudium der Mathematik ausreichen sollte, was im Umkehrschloss bedeutet, dass gute Schulkenntnisse oder zwei Semester Ingenieursmathematik nicht genug sein werden. Nach meiner Einschätzung sollte man schon eine Reihe von richtigen mathematischen Beweisen gelesen und auch selbst aufgeschrieben haben, bevor man sich das Buch zu Gemüte führt. Dann macht es aber viel Spaß und eignet sich prima als kurzweilige Ergänzung eines Mathestudiums. Im Gegensatz zu den meisten Lehrbüchern kann man es auch häppchenweise genießen und zwei der drei heute vorgeführten Beweise findet man auch in dieser Sammlung. Bei den nächsten beiden Büchern geht es um die bereits angeklungene Frage, wie man denn auf so etwas kommt. Georges Polja gehört, wie beispielsweise auch John von Neumann, zu einer Gruppe ungarischer Mathematiker und Physiker, die alle ungefähr zur gleichen Zeit in Budapest zur Schule gingen, ungefähr zur gleichen Zeit in Deutschland studierten und dann in den 1930er Jahren wegen der Nazis in die USA emigrierten, wo sie scherzhaft als Marsianer bezeichnet wurden, weil die Amerikaner sich nur so erklären konnten, dass ein so kleines Land so viele hochbegabte Wissenschaftler produzieren konnte. Polja hat sich unter anderem auch eingehend mit der Vermittlung und Charakterisierung von mathematischen Problemlösestrategien beschäftigt und war in dieser Hinsicht ein Pionier. Das hier abgebildete Buch, zu dem es sogar eine eigene Wikipedia-Seite gibt, ist ein Klassiker, der seit über 70 Jahren immer wieder aufgelegt wird. Es ist jedoch in erster Linie für Schüler und Lehrer und nicht so sehr für Studierende der Mathematik gedacht, weil es, wie Polja selbst schreibt, eher um Bestimmungs- als um Beweisaufgaben geht. Außerdem merkt man dem Duktus teilweise auch das Alter des Buches an, was jüngere Leser heutzutage vielleicht abschreckt. Es gibt allerdings vom selben Autor noch andere weiterführende Bücher zu diesem Themenkreis. Recherchieren Sie selbst. Ein wesentlich neueres Buch, in dem es um ähnliche Fragen geht, ist mathematisches Problemlösen und Beweisen von Daniel Grieser. Grieser bezieht sich explizit auf Polja, geht aber anders als dieser ausführlicher auf das Beweisen ein. Ich muss gestehen, dass ich selbst dieses Buch bisher nur kursorisch gelesen habe, aber Grieser hat diverse Preise für seine Lehre gewonnen und das Buch wurde von verschiedenen Rezensenten gelobt. Darum glaube ich, dass ich es guten Gewissens empfehlen kann. Laut Vorwort wird an Vorkenntnissen nur der Schulstoff der Mittelstufe vorausgesetzt und ein Rezensent schlug deshalb vor, das Buch vor der Aufnahme eines Mathestudiums durchzuarbeiten, um sich mit der Denkweise der wissenschaftlich betriebenen Mathematik vertraut zu machen, die sich doch sehr stark von der Schulmathematik unterscheidet. Prinzipiell halte ich das für eine gute Idee, möchte jedoch nicht unerwähnt lassen, dass Grieser die ganz grundlegende Sprache der Mengen und Abbildungen, die an der Schule typischerweise kein Thema ist, nur en passant in einem Anhang behandelt, der gerade mal ein halbes Dutzend Seiten umfasst. Die Mehrheit der Studierenden, die ich betreue, wäre damit überfordert. Allerdings studieren die auch nicht Mathematik und mögen sie nicht einmal besonders. Um die Frage, warum kaum jemand Mathematik mag, ging es in einem Interview, das das Podcast Radio Detektor FM kürzlich mit mir für den Podcast von Spektrum der Wissenschaft geführt hat. Veröffentlicht wird das, so sagte man mir, am 31.12.2021. Da hat man ja typischerweise nichts anderes vor und kann sich das in Ruhe anhören. Sollten Sie an diesem Tag doch verhindert sein, dann können Sie das Interview zum Glück auch noch später auf Spotify, Deezer oder den anderen üblichen Podcast-Kanälen finden. Zuschauer, die meine Videos schon länger kennen, haben sich vielleicht schon gefragt, ob ich diesmal die Werbung für mein Buch vergessen habe. Aber keine Angst, hier ist sie. Ich habe bei der Zusammenstellung des Videos übrigens zum ersten Mal bemerkt, dass mein Buch denselben Untertitel wie das von Daniel Grieser hat, eine Entdeckungsreise in die Mathematik. Das wäre eine tolle Überleitung gewesen, wenn ich nicht zwischendurch etwas über den Podcast gesagt hätte. Aber auch so passt mein Buch, so finde ich jedenfalls gut zu diesem Video, weil es auch versucht, die Schönheit und Eleganz der Mathematik zu vermitteln und weil es, wie das Buch von Stein, auch die andere Hälfte erreichen möchte, ohne allzu große Vorkenntnisse vorauszusetzen. Vielleicht schauen Sie das Video ja sogar noch vor Weihnachten und kennen jemanden, dem man das Buch schenken könnte. Vielen Dank.